hallo und herzlich willkommen zurück zur minecraft haja folge 10 10 ich vergesse immer die folgen oder nachzuschauen was es für eine ist ich denke es ist zehn wieder hier in unserer tollen welt ist ein weichen her dass ich das letzte mal gespielt habe ich habe wieder ein paar mods installiert so wie man sieht hier ist alles voller gras kann ich es hier nicht abbauen ist ganz komisch und und hier das sieht auch sehr komisch aus steht was raus gefallen blätter raus aus dem baum der heißt wetter folie folie schmort keine ahnung wie man das ausspricht folie jage ausgeschrieben wetter vor die jage aber ich weiß nicht wie man es ausspricht als sie echt cool aus und es hat so ein bisschen was verwildert ist ich kann ja das gras auch ganz benutzerdefiniert einstellen die höhe und wie groß das ist ich habe jetzt mal so gemacht sie doch ganz hübsch aus oder ich würde mal sagen das sieht hübsch aus so hier f3 h7 normalerweise bis 8 oder noch mal f3 auch h7 ja das dauert alles ein bisschen und hier scheint gerade die sonne rein das nervt mich gerade ein bisschen aber egal wo waren wir stehen geblieben wir haben glaube ich das feld gemacht wir haben hier irgendwie irgendwas getan genau hier haben wir dann für die kisten weiter ausgehoben wir haben auf jeden fall kein essen mehr oder wenig essen das sind das heißt wir schlachten jetzt erstmal noch ein paar vier oder welche vermehren ich weiß gerade gar nicht was lohnt sich denn mehr wir haben schweine könnte ich hierher locken mit der cooler was habe ich noch ich habe auch noch mal drauf gemacht normalerweise sollte der hier hinten gezeigt werden da werden werden dann eigentlich die tools auf dem rücken angezeigt ist aber irgendwie nicht so ich weiß auch nicht warum ich gehe mal hier hier ist auch nichts wo man was rein legen kann okay vielleicht liegt es an dem tool geht generell nicht okay essen essen ist ein problem es wird nacht wir gehen schlafen habe ich keinen bock auf besuch so geh unter irgendwie war ja nicht mal schatten von dem glas und es ist jetzt nicht weil die sonne da gerade schon so am untergehen ach so ja ich hatte ja einer crew folge gesagt dass ich wahrscheinlich hier die folgen jetzt länger machen werde so eine halbe stunde oder so wochenends da es ja nur zweimal kommt kommt aber darauf an ob ich das schaffe denn wie immer geht schule vor so aber jetzt einmal eine runde knacken gehen ich habe auch noch ein mod drauf gehauen diesen da das ist jetzt ein random screenshot da bin ich mal drauf gekommen das ist ein samt ein screenshot ist eigentlich recht cool die liegen cool wenn ich jetzt screenshots mach dann ruckelt das auch nicht mehr so ich habe jetzt gerade eingemacht und es ruckelt nicht normalerweise ruckelt das aber das hat es nicht finde ich cool feiere ich die mut wenn wir mal was zu fotografieren haben wenn wir das mal am ende können wir das in der spezial folge mal alles angucken was wir so fotografieren mhm nicht schlecht also gut essen wollte ich suchen ähm normalerweise sollte ich hier ja irgendwo einen gatter aufbauen wäre vielleicht sogar das beste aber bis wir hier jetzt viecher haben pass mal auf wir schlachten jetzt erstmal ein paar schafe und dann holen wir schweine die mal wieder essen haben ich habe hier gerade einen kollegen gehört der möchte glaube ich unbedingt sterben so wo ist er denn hier unten irgendwo oder sieht jetzt auch viel besser aus so mit dem ganzen gras so verwachsen und so dicht und eher so verwildert so wie eigentlich so eine welt sein sollte wo kein mensch lebt so auch noch so nächster kandidat haben wir hier so was haben wir denn da ach so schwarze wolle ok ich bräuchte mal eigentlich eine schnell mute taste ich müsste mal ganz kurz husten ähm kann ich hier eigentlich noch dass ich weiß gerade gar nicht ähm ich mach's mal so bis gleich das geht auch eieieiei ah ja die krippewelle so ist es halt oh hier hat es doch ganz schön viel gibt mir all euer fleisch ah ja hier haben wir auch korallen die sind auch hinzugefügt worden durch diese ähm pflanzen mod hier ist auch recht cool wird unter wasser auch mal ein bisschen was äh zu sehen sein so next please das geile ist ja der mod der verbraucht kaum fps sind eigentlich genau gleich wie ähm äh eigentlich genau gleich wie ähm ohne diesen mod so neun das reicht noch nicht wo sind eigentlich die schweine ich habe die gar nicht mehr gesehen so in der luft gespalten so warum hat denn das jetzt eigentlich eine andere Textur sieht ja kacke aus das muss ich mal ändern wenn ich noch dran denke so lalala lalala wieder nach hause irgendwo am besten immer hoch siehste kommt immer wieder an und ja die fassade ist sieht noch ein bisschen sehr karg aus das wird aber noch alles zu seiner zeit ja rinder äh jo hm gut wir haben jetzt mal wolle wolle war hier und da und was haben wir denn hier eigentlich sonst noch so nichts essbares ne und das ist äh ne birch stair haben wir noch birch wood zu wenig hol ich mal ganz kurz ein bisschen was ein bisschen was so wo haben wir denn birkenholz hallo da so her damit mit ach ja das ist gut der mod ist auch praktisch ach hallo hallo brauchst gar nicht meckern so so können wir mal im keller kurz die pro reste dafür bauen die kisten so lalala passt genau äh was war da denn jetzt jetzt hat es schon wieder nicht gecraftet was ist das für ein bug ihr habt es ja gesehen ne ich glaube mit dem umgeziege hier das verkraftet er irgendwie nicht so jetzt aber gut so und hier kommen dann immer jeweils eine treppe hin und da die kiste hier treppe da die kiste hier treppe da die kiste wisst ihr bescheid hier das gleiche was machen wir denn da eigentlich für eine treppe koppelstone treppe ja oder ich denke schon haben wir noch koppelstone treppen nein koppelstone ah doch da haben wir noch drei stück das hilft uns aber nicht weiter hier haben wir noch das so la 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 so alle hopp und alle hopp ok es gewinnt jetzt natürlich nicht den Schönheitsset aber dass das da so dunkel ist ist auch nicht grad ganz ah hier fehlt einfach nur ein licht richtig hm hier so hier so hier ist es wirklich so ja das ist jetzt halt so vielleicht wird das mit dem shadermod noch gefixt das kann ja sein der ist ja immer noch nicht ganz fertig so so gut machen wir das hier können wir auch noch die restlichen zu klatschen dann hierfür sieht man voll viel mhm und dann zack 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 so und hier haben wir schon Stein und dann kommen wir überall Chests hin und dann wird das hier schon weil es wirklich sehr dunkel ja kann ich nichts aber da habe ich hier Grafikeinstellungen Hältigkeit hell müsste ja eigentlich flutschen hm Performance auch nix egal vielleicht täuscht das auch bloß weil hier die Sonne auf meinem Monitor scheint ich werde jetzt nicht den Rollladen runter machen so wir verhungern fast wir essen was gib mal her es ist zwar nicht so viel aber es geht so essen ja das ist ein Problem F3 H7 juhu ja dupliziert aber das sieht so aus wie Kartoffeln hier Carrots das verwirrt mich und wie sieht es hier aus ich glaube es geht nicht ähm geht nicht mehr als 7 gut 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 dann wissen wir das so nehmen wir das auch die Sonne geht dann schon wieder unter stimmt ich wollte hier ja ähm einen Vorsprung machen und da hatte ich die Idee ist mir mal so die Idee gekommen dass wir hier eine Brücke rüber bauen aus dem Hügel da ich weiß gar nicht das könnte eigentlich geil werden das machen wir dann auch ich deswegen baue ich jetzt hier mal ganz kurz noch was ran boah ich seh hier grad gar nichts muss ich mal ganz kurz pennen gehen so geh unter na das dauert noch ich seh trotzdem nichts so bitte lass uns noch etwas Erde haben auch ja etwas ist untertrieben so jetzt ist aber richtig dunkel hier zumindest bei mir auf dem Bildschirm Buch ja gute Nacht jetzt mache ich aber mal doch den Rollladen kurz runter Moment ich müde mich und dann bin ich wieder so jetzt haben wir gerade gut so ist das schön wenn es hell ist das Haus nimmt doch schon viel Licht weg da hinten dran so dann machen wir ja das noch ein bisschen natürlicher so so siehste da ist grad Gras drauf gewachsen und insgesamt ist auch dieser Grasboppel da oben drauf gekommen nicht schlecht so und dann müssen wir ja unten drunter eigentlich dann später mit Cleanstone hier so einen künstlichen Überhange machen später aber ich habe nicht so viel Kohle dass ich das hier grad sofort pfeffern kann aber was ich eigentlich habe ist Setzlinge ne aber auch nicht so viele die kann man ja auch verbrennen hm aber lassen wir das mal ich weiß nicht ob ich jetzt schon das anfangen soll oder ob ich erst das Haus fertig machen soll weil mehrere Baustellen sind ja eigentlich auch ganz nett oder hm ich glaube ich geh dann erstmal da rüber und holz da mal alles ab Axt was sagt die die ist fast am verrägen äh Stick 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 haben wir keine mehr gut doch nicht äh hier so lala und lala so das sollte genügen dann machen wir uns mal auf den Weg das lege ich rein das 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 nehm ich mal mit die brauche ich auch nicht so hab ich alles jo so und ich glaube hier unten mache ich dann vorübergehend mal ein Wasserteilchen dass ich da einfach runter springen kann aber so geht es auch Aua so hop hop ich fahre das richtig mit den Blättern sieht richtig cool aus so weiter hoch so jetzt haben wir nur ein Profi wieder am Start so dann fangen wir doch hier mal an alles abzuholzen damit wir ja Platz haben so tada und weg damit so steht wohl noch einer so auch noch weg so das war ein grosser jetzt haben wir ja schon einiges weg mehr muss es auch gar nicht sein da muss die Brücke ein bisschen nach unten gehen das ist da eigentlich sah von weitem so aus als würde ein Block fehlen gut das mit dem Überhang wird nicht so viel sein am Clean Stone am Clean Stone wo wir da brauchen das sollte realisierbar sein aber den haue ich noch weg ich meine immer ich kann hier nicht reinlaufen wegen dem Gemüse das da jetzt aus dem Laub raushängt sooo schön eigentlich sollte ich das jetzt auch noch hier alles weg machen oder ich lass das mal das kann ich mal irgendwann später machen gut haben wir das gehen wir wieder zurück juhu ähm so wo geht es jetzt wieder hoch irgendwo hier seitlich hier genau müssen wir auch noch eine Treppe runter bauen oder irgendwas was schneller geht hoch und runter so so jetzt haben wir können wir eigentlich ein paar Truhen machen obwohl das eigentlich recht unnötig ist aber na gut äh ist halt so 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 glaube ich noch mehr ja ok was haben wir hier eigentlich benutzt ist das Fichtenholz Minecraft Log aha Variant Spruce das ist ich denke das ist ähm auch Spruce oder Oak ne ok dann ist das ähm Fichte dann kann man das hier verbraten so am besten mal das so Neutron dam 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 la 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 ja Eiwand frei und hier machen wir können wir weiß ich nicht ähm denn da können wir Öfen hinstellen ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt wir haben wir gerade keinen Cobblestone hm hm Birkenholz haben wir auch nicht mehr äh das kann ich mal ausmachen wieder so das packen wir wieder rein jetzt wollte ich eigentlich mal nach Tieren suchen dazu benötige ich hier mal oh da kam Vieh raus brauche ich mal Karotten dann gehen wir mal gucken ob wir ein paar Schweinchen finden das ist bloß die Frage in welche Richtung laufen wir ich glaube da im Fichtenwald da hinten könnte es gut sein dass wir da auch was finden dann locken wir die Schweine halt erstmal bei uns ins Haus und dann können wir ja immer noch einen Stall für die bauen das wäre jetzt sowieso ein lustiges Unterfangen die ins Haus zu kriegen jetzt wollen wir auch ein bisschen beeilen so hier bauen wir mal einen Weg wo ein Lavasee das ist gut dass der da ist ja hier waren wir ja schon fand ich ja so schön hier ist auch schön ah Schweinchen Moby Dick so komm mal her ihr zwei hübschen ähm dann laufen wir mal einen ganz grossen Bogen um den Teil um und ihr kommt hinterher sehr schön mal gucken wie lange wir das hinkriegen dass die uns hinterher laufen ich lasse die mal immer wieder rankommen so bitte hier entlang die sind ja schon putzig ne na jetzt muss man wieder ein Weilchen wow haben wir hier alter hat sie FPS Einbrüche huiuiui so jetzt haben wir es wieder kapiert das klappt echt zu gut ne man glaubt es gar nicht na komm ähm ui das sind wir gut dach kratschen wir wären auf dem falschen Berg so da haben wir die Schweine im Rassen Sinne des Wortes hoch immer so kleine Legs Bikes so komm hier ist euer neues wohl euer neues zu hause ist vielleicht nicht so praktisch hier oben sagen wir mal hier unten oder findet ihr ja ganz cool hier so rein mit euch hallo ok schieb ich euch halt rein komm schon da rein jetzt habe ich hier Schweine und jetzt bekomme ich die da nicht durch oder was ne 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 Freunde weißt du was etch so her komm antanzen los jetzt geht noch schneller bitte hallo komm juhu ihr seid zwei feine Schweine ähm ich kann euch hier mal hinten hier hinten einsperren nein 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 ist das jetzt hier oben willst du mich verarschen das blöde Schwein komm jetzt her und jetzt kommt das andere auch noch mit komm jetzt hier rein los so safe hier ist es nicht sehr safe so dann gehen wir eine Runde schlafen dann denke ich mal war es das auch für die Folge die Folge für Samstag und dann ähm ähm ja sehen wir uns in der nächsten ich wünsche euch viel Spaß im Endscreen dann ja Schweine haben wir jetzt also Essen ist gesichert dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge ciao 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 dann 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 Vielen Dank.